Die Ballett, die Ballett, die Ballett! Ich habe einen schönen Schnitt drauf gehabt. Als ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist es eigentlich immer Licht an und irgendwelche Trainings noch. Der Schützstel ist so schwer. Der Schützstel ist so schwer. Ja, 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 ja. Jetzt beiden auch mal guter Hatz. Auch gerne, ja. Jawohl! Jetzt, bitte. Ja, nee, es war doch. Schön. Ja, ja. Jawohl! Jetzt geht's. Das ist toll, ne? Was hat er das auf? Halt doch mal auf! Jetzt! Hau! Ja! Nein! Oh, den musst du erst mal machen. Das ist leider mit links. Oh! Oh! Zweifel hat sich schon heute. Ich glaube so war es. Jetzt! Ich bin rüber! Ja! Nicht drin! Stark im Luft! Jetzt! Ja! Elf wieder! Klarer geht's nicht. Also sehr klarer geht's nicht. Ist dann selbstvertrauen wieder da? Ich hab ihn aber schon mit Tochter gehabt. Und das hat keiner den aufgegessen. War das der legendäre? Nein! 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 Ho, ho! Ich bin meine Mutter, es ist eine Brose. Ich bin meine Brose. Meine Wette und meine Tante sind auf dem Mast. Auch ist jetzt hier noch gekommen. Mit Trombosen. Und deswegen... Oh!